Immer mit der Ruhe, Mr. Utterson. Am besten, Sie berichten von Anfang an. Ein Anwalt, ein Chemiker und ein Genie gehen in eine Bar. Der Anwalt bestellt sich einen Wein, um zu vergessen. Der Chemiker zündet sich eine Zigarre an. Und das Genie bestellt sich... Ein Wasser, bitte. Henry, Herr Jekyll, nicht mal an Ihrem eigenen Geburtstag. Die meisten Menschen lassen sich von Sünden ab und an verführen. Sie nicht. Aber Sünde ist ein Ventil. Eines, das sie nie hatte. Kommen Sie zum Punkt, Mr. Utterson. Wo ist denn jetzt dieser seltsame Fall? Du weißt nicht, was du da tust. Wozu das Ganze wissen, wenn wir es nicht anwenden dürfen? Was ist denn los, die wir wollten? Jekyll, du musst das mit ihr beenden. Du klingst wie eine Süchtige. Erpresst sie dich. Deine Neugier wird noch dein Ende sein. Mr. Utterson. Hier gibt es keinen Fall.